Ja, hoi meine Freunde von heute! Willkommen zurück zu The Last of Zelda Breath of the Wild. Das Wetter hat sich verschlechtert gerade, aber guckt mal unten auf die Zeit. Es soll jetzt gleich die Sonne rauskommen und... Ihr seht schon, es wird heller. Das ist schön. Und nun können wir versuchen, die Flamme mal durchzukriegen. Ich hoffe, diesmal geht die nicht direkt aus. Ja. Eben, hab ich mir schon fast gedacht. Ähm... Ja, im letzten Part konnten wir das leider nicht machen. Weil... Wir haben es halt versucht, aber irgendwie... Ja, keine Chance gehabt. Im heutigen Part wollen wir die Fackel zum Ziel bringen. Beziehungsweise unsere kleine Keule hier. Wir sind der olympische Fackelträger, Leute! Der olympische Fackelträger, der die Fackel nach Atheno bringt. Denn heute finden hier die olympischen Spiele statt. Jeder mag sie, jeder liebt sie. Und wir hoffen natürlich alle, dass Hyrule Gold gewinnt. Na, kleines Kind? Bist du ein Fan vom Fackelträger? So. Die Frage ist natürlich, gehe ich gerade richtig? Ich glaube, wir müssen... Wir müssen nochmal hin. Ich sehe gerade keine weiteren Fackeln. Ich hoffe, das Feuer hält. Denn es ist schon wieder... Der Boxstock ist kaputt. Ich brauche nur... Ich brauche eine Fackel. Das wäre, glaube ich, tausendmal besser als dieser Boxstock. Ähm... Wo muss ich denn hin? Ja, da muss ich die Fackel holen und da muss ich sie hinbringen. Also, ich kenne gerade den Weg nicht auswendig. Aber ich sollte, glaube ich, eine Fackel haben. Die Frage ist natürlich, wo kriege ich gerade eine Fackel her? Vielleicht ja hier im... Krämerladen. Hier können wir mal gucken. Wäre auf jeden Fall praktisch, wenn es da eine gibt. Ansonsten sitze ich hier doch leicht ein bisschen auf... Äh... Ja. Was mit dir? Du! Bist du auf Reisen? Hast du dein Gast aus Sahel übernachtet? Nein. Nein! Heißt es etwa, du bist doch nicht etwa voll, hier in Hatino zu bleiben, oder? Äh... Mal überlegen. Das kann ich nicht so hinnehmen. Ich habe schon genug Rivalen. Ah, vergiss, was ich sage. Ist nichts. Und uns geht es hier zwar gut, aber da draußen wird es immer schlimmer. Was man hört. Deshalb gucke ich hier, ob irgendwelche Fremden sich an Fräulein Primella... Primella, äh... Ich meine, ich stehe hier wache und stelle sicher, dass keine Fremden den Frieden in unserem Dorf stören. Harte Arbeit. Ja, das ist schwieriger, als es aussieht. Viel wichtiger. Hast du Fräulein Primella schon getroffen? Nicht, dass es mich interessiert. Aber wenn du sie triffst, halte ich mit deinem jugendlichen Scham etwas zurück, ja? Ach, wenn das nicht so schwierig wäre. Ach Gott. Ah ja, sag mal. Welches Geschenk könnten Fräulein Primella vom Gasthaus Sahel wohl gefallen? Es geht um den Freund eines Freundes. Der ist verliebt und hat mich um Rat gefragt. Ja, du mich auch. Ein ausdauernder Verehrer. Okay, es ist eine Nebenquest. Okay. Ja, da soll es ja ziemlich viele von geben. Ich bin mal gespannt. Gib mir den Besen, Lady! Hi. Das ist der Kramladen. Leute, ihr habt ja aber keine Fackeln. Maxi-Trüffel. Oh, entschuldige. Ich wollte dich nicht mit meinem Hinterteil begrüßen. Dann zurück damit, wo es hingehört. Hallo nochmal. Kann ich dir helfen? Ich will was kaufen. Äh, okay. Für gut. Jetzt suchen wir eine Fackel natürlich. Ist natürlich äußerst praktisch, dass es so was hier nicht gibt. Warum haben wir sie weggeworfen? Ich weiß es nicht. Oh, ist das ärgerlich. Wo kriegen wir eine Fackel her? Ladida! Vielleicht hinten beim Lagerfeuer. Mal gucken. Nö. Hm. Hier sind wir außerhalb von Atheno. Hier hat auch ein Bild. Ich will doch nur eine Kack-Fackel. Mann! Leute, gib mir eine verdammte Fackel. Ich habe keine Fackel. Ich hätte die nicht wegwerfen dürfen, denke ich mal. Aber die Fackel-Dinger bleiben an. Ich habe auch nichts zum Abbrennen hier. Äh. Ja, okay. Was ist für ein Lagerfeuer? Lass mal gucken, ob wir den kleinen Baum hier fallen und da so ein Ast rauskommt. Ja gut. Hier kommt ein Ast raus. Aber die Frage ist natürlich. Wird der ausreichen? Wohin mit uns? Wo sollen wir das nächste Ding anzünden, frage ich mich gerade. Oder? Immer schön umgucken. Ach hier! Nein, wir hören nicht auf. Wir müssen Feuer machen. Vielleicht nicht unbedingt so primitiv, aber. Ich sehe nichts, wo ich was anzünden könnte. Da oben. Bitte reich aus für da oben. Bitte, 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 bitte. Dankeschön. So. Frage ist natürlich, wie lange hält so ein Ast, ne? Machen wir schon das nächste Ziel. Machen wir ein bisschen Feuer rein. Du bist eine Rettung hier, Lady. Aber ich muss Feuer machen. Mal kurz gucken. Alter, das ist noch so ein weiter Weg. Alter, ist der Weiz. Und ich glaube, da regnet es wieder. Das ist ein Witz. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns unbedingt beeilen. Also, wenn es jetzt wieder anfängt zu regnen, ne? Da bin ich aber ein bisschen pissig. Da unten sehen wir schon Regentropfen. So, auf den Berg. Und hier gibt es gerade... Hier gibt es keinen mehr zum Anzünden. Doch, da oben. Da oben ist noch so ein kleines Ding. Bitte, halt dich an, Feuer. Bitte, wenigstens bist da oben. Tu mir den Gefallen. Bitte, bleib an. Oh, Gott sei Dank. Deine Route zerbricht gleich. Das ist mir egal. Ich habe eine zweite noch dabei. Dann gehe ich halt nochmal kurz zurück. Ich gehe jetzt extra schon so einen kürzeren Weg. Wo muss ich das Ding hier anzünden? Ach, das ist zum Teleportieren. Ah! Ähm. Äh, ah, doch. Für Litter Klink. Guck doch mal da. Der Leitstein wird aktiviert. Daran ist nichts Mysteriöses. So funktioniert es nur einmal. Hehehe. Mein süßer Leitstein. Da gerät mein Forschungsblut in Wallung. So, die Basismodule deiner Schikasteine sind so gut wie hergestellt. Los, dann ruf mal schon laut Kachika. Komm schon, du brauchst dich nicht zu schämen. Kachika! Ja, so muss ich das anhören. Alles klärchen. Die Repertur des Schikasteins kann losgehen. Leitstein-Sperre aufgehoben. Packe wir's an. Dankeschön. So. Fotomodul, Hyrule-Handbuch, Album, Fähne von... Alter. Ich frag mich jetzt, was die da reinhaut. Auf einmal haben wir keine Ahnung mehr, was da... Ups. Fast die Ohren rausgerissen. Aber haben wir keine Ahnung mehr, was da drin ist. Hehehe. Hier. Es ist einfach alles drin. Es ist das... Candy Crush und so. Alles dabei. Ein Fotomodul. Ernsthaft? Ah. Müssen wir Fotos... Müssen wir Sachen fotografieren, oder was? Ah. Oh. Jemine. Oh. Jemine. Da kommt Arbeit auf uns zu. Da kommt Arbeit auf uns zu, Leute. Hohohoho. Oh, Ferti. Na? Ist wieder alles aktiv? Lass mal sehen. Fotomodul, Hyrule-Handbuch, Album. Jepp. Alles wieder da. Dann legen wir gleich los. Mach doch mit dem Fotomodul gleich ein Foto von mir. Lass mal ein Selfie machen, ja? Moment. Warte, wie mach ich ein Foto? Äh. Hä? Oh, nee. Warte. Es hilft. Hehehe. Hehehe. Yeah. Moment. Das können wir nutzen. Das will man neben sich stellen. So. So. Hoch. Hi. Das Portrait. Ich hab ihren Kopf. Ich hab ihren Kopf. Gute. Okay. Kachika. Und? Wie läuft das mit dem Fotomodul? Hast du schon ein Bild gemacht? Äh. Hier ist es. Oh, ich bin gespannt. Zeig schon, zeig schon. Lass mal sehen. Ach, da hast du ja meinen Kopf. Kriegst du das nicht hin? Oh. Komm. Sei nicht so pissig. Komm, hier. Warte. Gibt es irgendeine Zoom-Funktion? Ja. Machen wir. Na, komm. Mach eine schönere Pose. Also einen verschlagenen Blick zur Seite. Das sieht gut aus. Lächeln! Hier, ich bin ein Meister. Ich bin ein Meisterfotograf. Ich bin ein Meisterfotograf. So. Hier ist es. Bitteschön. Hä? Wer ist der? Wer ist der Tüsterreizende, junge Dame? Ach, ich bin da. Tut mir leid. Ich war gerade verblüft. Ehrlich, das war nicht gespielt. Na nun, nebenan diese Fotos, dieses hinreisenden Mädchen, sind ja schon irgendwie alte Fotos im Album. Prinzessin Zelda muss das damals im Fotomodul verwendet haben. Du warst doch Zeldas Leibwächter. Warst du denn nicht anwesend, als sie diese Fotos aufgenommen hat? Haha, ich vergaß. Du hast ja das Gedächtnis verloren. Aber vielleicht können diese alten Fotos dir helfen, deine Erinnerung wieder zu erlangen. Vielleicht sprichst du am besten mal mit Impa darüber. Sie kannte die Prinzessin besser als ich. Ach ja, noch was. Eine Biete. Wo du schon mal dabei bist. Bring mir antike Materialien. Gerne auch erst, nachdem du bei Impa warst. Wenn du zu mir oder zu Rubello zum Ankala-Institut bringst, könntest, wirst du mir richtig glücklich mache. Meine Zufriedenheit ist eigentlich Lohn genug, aber wir geben dir für die antiken Materialien noch was Feines. Dann los. Kachika. Äh, dein Angebot. Ha? Du hast das so Interesse? Wenn du mir antiken Materialien bringst, kann ich deine Module verbessern. Okay. Oh! Besseres Bombenmodul? Besseres... Ah, okay. Ich hab doch welche. Kachika. Äh, hier, antike Materialien. Ja, bitte. Äh, welches Modul wollen wir verbessern? Wir wollen die Bomben verbessern. Oh, welches ist der Bombenmodul? Ja, bitte. Warte mal. Achsen? Haben die nicht was gerade von Schrauben gelabert? Achso, da müssen wir die Schrauben. Ja, gut. Da müssen wir halt die Schrauben verbessern. Ja, wir müssen ja eh... Äh, die Schrauben sag ich schon, den Sensor verbessern. Nutzen wir eh nicht. Aber, vielleicht später irgendwann mal. Wir müssen eh alles verbessern, wenn wir die 100% machen. Von daher... So. Gibt's noch diese nächste kleine Cutscene. Schon wieder. Okay. Okay. Und da kommt... Ich mag dieses Geräusch. Also, ich find's cool gemacht mit diesen... Wo Link eine Kiste öffnet und dann kommt dieses... Und zwar genau... Jetzt. Oder auch nicht. Okay. Äh, der verbesserte... Ich hab jetzt nicht drauf geachtet. Fuck. Aber vielleicht können wir nachgucken, was der Schika-Sensor besser macht. Jetzt gehen wir nicht auf den Senkel. Ich möchte gerne weiterreisen. Genau so. Die Leitsteinchen hat dir alles gegeben, ha? Oh, der Schika-Sensor Plus. Zeig mir, zeig mir. Ja. Ist das... Nein! Oh... Jetzt geht hier aber auch noch auf den Senkel, weil ich was freigestellt hab für euch. Der Glutling. Hinterm Institut. Welchen meint er genau? Meint er den da hinten? Na, solltest er den unten meins? Oh Gott, ich laufe! Oh Gott, ich laufe dabei! Ähm, 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 ähm... Bitte? Äh, ja. Dass ich laufe dabei war grad ein bisschen überraschend für mich. Ach Gott. Falls du fällst in eiskaltes Wasser verlierst du Energie. Die lässt sich auch nicht durch Essen oder Kleidung verhindern. Okay, das ist eine gute Info. Heißt, Eiswasser ist trotzdem böse, auch wenn wir warme Sachen anhaben. Ist gleich jetzt nicht unbedingt 100% logisch, aber... Auf Dauer ist es natürlich vollkommen logisch. So, der Glutling hinterm Institut. Der hat ja gesagt hinterm Institut, ne? Oder meinte das Viech da? Keine Ahnung. Hier ist ein Mistgabel. Ich frag ihn nochmal. Ach, Link, kletter nicht mal die Dächer hoch. Guten Tag. Hast du das Foto des Glutlings aufgenommen? Noch nicht. Äh. Ach, das ist ein Baum. Okay. Hier hochklettern? Was bringt mir das hier hochzuklettern? Ich hab keine Ahnung. Das soll ein Baum sein, denk ich mal. Also, wenn der da wächst, dann geh ich mal von aus, dass es ein Baum ist. Soll das der hier sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es halt echt grad nicht. Wir haben ja genug Fotos. Von daher. So. Zwei Bäume. Ich hoffe, das ist mit Glutling gemeint. Weil ich weiß nicht, was sonst ein Glutling sein soll. Ja. Hast du doch Fotos? Jawohl. Lass mal sehen. Och. Du scheinst kein Foto. Was ist das denn? Der wächst direkt hinter dem Institut. Ein Glutling. Fuck you. Was soll das sein? Was wächst denn sonst da? Hinter dem Institut. Was ist das? Eine Hacke. Ist der gemeint? Oh, das stimmt. Glutling könnte auch ein... Dings... Sagt nix, Leute. Sagt einfach nix. Verdammte Nebenquest. So, komm. Jawohl. Und jetzt? Was bringt dir das? Du scheinst die Glutling fotografiert zu haben. Vielen Dank. Öffne danach einfach das Hyrule Handbuch und registriert das Foto des Glutlings. Dann kann dir der... Achso, okay. Okay. Gut, dann denke ich mal... Nein! Ich bring dir jetzt nix. Um Himmels Willen geht es mir auf den Senkel. Okay, denke ich mal, dass der Shika-Sensor jetzt wieder an ist. Jetzt kannst du knicken. Jetzt kannst du sowas von klicken. So. Leute, im nächsten Part gehen wir wieder zurück nach Kakariko. Impa will mit uns reden. Ich hoffe, ich finde einen schnellen Weg dahin. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bewertet im Part. Und ja, ne? Bis zum nächsten Mal. Masa la vista, baby! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.